Er ist ein Star am Dirigentenpult, Matthias Georg Kendlinger, unbestritten ein Mann der Leidenschaft und genau die hat er auch seinem Sohn Maximilian vermacht. Zum Tourneeauftakt in Berlin stehen beide am Dirigentenpult. Darüber wollen wir jetzt mit Vater und Sohn bei Zipp sprechen. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Vater und Sohn beide da. Was bedeutet Ihnen, dass so diese Doppelpremiere zusammen können? Kann vielleicht erstmal der Vater anfangen? Ja, für uns ganz was Besonderes, weil natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit dazu, dass man ein Konzert gemeinsam dirigiert mit dem eigenen Sohn. Das ist schon für mich ein sehr bewegender Moment, weil es ganz was Besonderes ist. Und wie wichtig ist es für einen Sohn, der übrigens noch nicht so oft in Fernsehstudios gesessen hat, deswegen ein bisschen angespannt ist wahrscheinlich, wie wichtig ist das für Sie? Auch sehr wichtig, weil nicht viele so junge Dirigenten bekommen so früh eine Chance, sich ans Pult stellen zu können. Matthias, man nennt Sie gerne den Klassik-Revoluzzer. Sie machen es auch so ein bisschen poppig alles. Werden Sie dann von anderen Musikern deswegen vielleicht gar nicht so ernst genommen? Von diesen ganz Ernsthaften, die nie lächeln? Genau, die ganz Ernsthaften haben ein kleines Problem mit mir, weil ich nicht zum System gehöre sozusagen, weil ich ganz ein anderes System gebaut habe. Und ob ich jetzt ein echter Revoluzzer bin oder nicht, das weiß ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall ganz einen anderen Weg und ich zeige auf, dass es nicht nur einen Weg nach Rom gibt. Und das ist mir einfach wichtig. Warum haben Sie Berlin für Ihr gemeinsames Konzert ausgesucht? Wir haben Berlin und Leipzig, also ein Konzert. Genau, Sie kommen ja gerade aus Leipzig. Berlin, wir sind so gerne in Berlin, weil wir uns irgendwie Tiroler und Berliner, ich finde, wir verstehen uns so gut. Man sagt sich so direkt alles ins Gesicht, was man fühlt und man kann offen mit jedem reden. Wir lieben nicht so sehr das, um den Brei herumreden, sondern Leute, die geradeaus was sagen, wo man weiß, wie man dran ist. Und das Publikum ist fantastisch in Berlin. Die reagieren genauso, wie wir uns fühlen in dem Abend. Wie aufgeregt sind Sie? Vor dem Auftritt? Es geht eigentlich mittlerweile. Ganz am Anfang war natürlich das große Zittern immer, aber die gewisse Aufregung gehört schon dazu. Also ich würde komplett zittern an Ihrer Stelle, aber gut, wenn Sie da entspannter sind, gleich reden wir weiter. Vorher gucken wir uns an, was die beiden bisher schon so gemacht haben. Vater und Sohn in Berlin, Gendarmenmarkt. Hier im Konzerthaus werden sie am Montag dirigieren. Vater Matthias Georg, 52 Jahre, und Sohn Maximilian, 18 Jahre. Wenn der Österreicher Matthias Kendlinger am Dirigentenpult steht, dürfen sich die Zuhörer auf ein musikalisches Abenteuer freuen. Kendlinger. Der Name steht für Intensität und Spielfreude und für einen ungewöhnlichen Werdegang. Denn anders als die meisten seiner Klassik-Kollegen ist Matthias Kendlinger Autodidakt. Instrumente hat er nach Gehör gelernt, das Dirigieren hat er sich selbst beigebracht. Und seine Ursprünge liegen in der Volksmusik. Der Hobbymusiker geht in die Tourismusbranche, organisiert Musikevents, Konzerte. Irgendwann aber will er mehr, will es besser. Und er weiß, er muss selbst ran. 2004 gibt Matthias Kendlinger sein Debüt als Dirigent. 2006 tritt er erstmals als Komponist in Erscheinung. Gerne in Begleitung des von ihm gegründeten Orchesters, den K&K-Philharmonikern. Und am liebsten in Gesellschaft von Maximilian, dem die Musik in die Wiege gelegt wurde. Mit 13 Jahren überreicht sein Vater ihm zum ersten Mal den Taktstock. Seitdem dirigiert auch er regelmäßig. Heute sind die Kendlingers viel unterwegs. Quer durch Europa an den besten Häusern spielen sie. Wie hier im Konzerthaus Berlin. Ja, das steht dann am Montag an. Matthias, Ihr Weg zur Musik war ein sehr besonderer. Der hat irgendwas mit dem Großvater und mit einer Kuh zu tun. Das müssen wir erzählen. Also ich habe relativ früh schon Akkordeon gelernt bekommen von meinem Vater. Da habe ich so kleine Hohner gehabt. Und dann war irgendwann, wenn ich älter geworden bin, so 16, 17 Jahre, war der Traum da eine Hohner Morino zu haben. Das war so wie, ja, ein Lebenstraum sozusagen. Und mein Großvater, der hat das gehört. Und der hat mir dann, ich habe gesagt, ich träume schon die Nacht davon. Und der hat mir dann am nächsten Tag beim Frühstück erzählt, wenn du das wirklich machen willst, dann werde ich eine von vier Kühen für dich verkaufen, damit du dir das Akkordeon leisten kannst. Und das hat er gemacht? Das hat er gemacht. Meine Güte. Maximilian, wann haben Sie gemerkt, das Dirigieren, das wäre auch was für mich? Als ich 13 Jahre alt war. Mich hat das eigentlich schon als kleines Kind schon begeistert, wie der Papa das macht. Und ja, war schon immer begeistert. Wir haben da Bilder, ich glaube, wie Sie das als 13-Jähriger gemacht haben. Das können wir uns mal angucken. Und da frage ich mich natürlich, wenn man 13 Jahre alt ist und man steht da ja vor, ich möchte jetzt nicht sagen älteren Herren, aber schon gestandenen Musikern, wird man da nicht unfassbar nervös? Es geht, weil ich kenne die Musiker, auch freizeitlich. Und die sind alle so nett zu mir. Die waren schon nett zu mir. Und man fragt sich als Laie immer, bringt das Dirigieren überhaupt was? Also wenn Sie einen Fehler gemacht hätten dabei, hätten wir das alle gehört? Das ist die Frage. Sicher, man hätte es gesehen, aber die Musiker spielen so stabil, dass gehört hätte man es wahrscheinlich nicht. Es gibt viele Männer, die können mit Ballett gar nichts anfangen. Aber Sie haben eine große Leidenschaft für das Ballett. Sie haben 1998 sogar eine eigene Kompanie gegründet. Wie kam es denn dazu? Das kam dazu, weil zum Neujahrskonzert zum Beispiel, da gehört Ballett dazu. Und wir haben die Idee gehabt, sozusagen, das ist ja beim Neujahrskonzert nicht so, das Ballett mit dem Orchester gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Und da haben wir einfach eine gute Ballettkompanie gebraucht. Und da haben wir das gegründet. Ich bin ja früher sowieso Tanzmusiker gewesen. Tanzmusiker. Tanzmusiker, wenn man so schön sagt, bei uns in Tirol. Und deshalb war die Beziehung zum Tanz immer schon da. Wenn man den Vater hört, der ist ja unglaublich busy. War der in Ihrer Kindheit überhaupt mal zu Hause oder war der immer unterwegs auf den Bühnen der Welt? Und Vorsicht, er sitzt ja neben Ihnen. Also er war viel unterwegs, aber wir sind auch mitgereist. Und Sie haben dann mitgereist, das ist natürlich auch schon. Und Sie haben dann in der Ukraine auch noch ein Orchester gegründet? Warum das? In Lemberg, ja. Das war so, ich habe immer wieder Orchester engagiert. Ja. Und immer mehr hineingehört. Und da war da mal Flöte, die nicht so gut war. Und da mal Oboe, die nicht so gut war. Und dann wollte ich gerne denen sagen, sie sollten mir bitte doch mehr Qualität bringen. Und die haben gesagt, das ist unsere Sache. Wenn du uns engagierst, dann musst du nehmen, was wir bringen. Und da habe ich gesagt, wenn ich in der Qualität weiterkommen will, dann muss ich jetzt ein eigenes Orchester gründen. Oder aufhören. Weil ich habe eine Vorstellung von der Qualität und dann habe ich begonnen. Und dann haben Sie sich selber gegründet. Am 17. Oktober sind Vater und Sohn im Konzerthaus in Berlin zu erleben. Wiener Klassik. Wir gucken mal kurz rein. Wenn Vater und Sohn gemeinsam proben. und auch gemeinsam auftreten. Maximilian, lässt er Sie dann machen, wie Sie wollen? Oder wie sehr mischt er sich wirklich ein? Er mischt sich gar nicht ein. Er lässt mir meine Sache machen, quasi. Und ja, er lässt mir freien Lauf. Aber er hat es ja richtig drauf. Er hat es vermutlich auch noch besser drauf als Sie. Also fragen Sie ihn dann um Rat? Oder bestreitet der Vater da sogar, dass er es besser drauf hat? Nee. Also ich frage ihn oft um seinen Rat. Und wenn mal was nicht passt, dann sagt er es ganz sanft. Bringt das mir ganz sanft bei. Das passt gut. Und Sie werden, glaube ich, die Hafner-Sinfonie von Mozart dirigieren. Warum Mozart? Was gefällt Ihnen an Mozart? Mozart war jung. Und diese Sinfonie hat er mit 17 Jahren geschrieben. Deswegen wollte ich auch diese Sinfonie dirigieren. Weil das passt. Ich habe diese Sinfonie zum ersten Mal mit 17 Jahren dirigiert. Sie dirigieren Klassiker, aber auch eigenes, was Sie selbst geschrieben haben. Ist das ein Unterschied? Ist man bei dem, was man selber geschrieben hat, dann noch ein bisschen genauer und noch präziser? Weil man weiß, was man wollte? Ja, das ist manchmal ein Problem. Man ist noch genauer, noch kritischer, noch selbstkritischer. In meiner Funktion als Komponist und gleichzeitig Dirigent und Orchestergründer hat man sozusagen drei Positionen zu vertreten. Und es ist ein bisschen mehr Stress, muss ich sagen. Aber trotzdem will man es selber machen. Das Konzert ist ja, wir haben es schon gesagt, am Montag. Das heißt, Sie haben noch ein komplettes Wochenende in Berlin vor sich. Wenn Sie denn zu zweit in Berlin sind, erobern Sie die Stadt gemeinsam? Oder geht da jeder seine eigene Wege? Ich könnte mir vorstellen, Sie haben andere Interessen als der Papa. Eigentlich sind wir wie beste Freunde, sagen wir mal so. Was machen Sie dann so an so einem Wochenende in Berlin? Was ist der Plan? Wir sind nur noch heute da und wir gehen heute gut essen. Wir haben einen Tipp bekommen vom RBB-Fahrer, der uns hierher... Aber keine Namen sagen jetzt? Nein, nein, nein. Aber eine Haubenküche sozusagen, das werden wir mal besuchen, ist bei uns ums Eck beim Hotel. Ja, und wenn Sie sich das aussuchen dürften, wo soll die Karriere hingehen? Wann überholen Sie Papa? Das werden wir sehen, sagen wir so. Aber Sie haben das schon vor. Können Sie ruhig sagen. Muss ich sagen. Ja, schon. Das sollte schon das Ziel sein. Am kommenden Montag, am 17. Oktober, können Sie die beiden sehr sympathischen jungen Herren im Konzerthaus Berlin erleben. Es gibt noch einige Karten, also die meisten sind schon weg, aber ein paar Karten gibt es noch. Also gucken Sie sich das an, hören Sie sich das an. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke für die Einladung.